Tag allerseits bei der Mitfraggelegenheit, dem Fahrdienst von Netflix. Was wir hier machen, ist in diesem Gefährt Leute von A nach B kutschieren. Aber natürlich nicht irgendwelche Leute, sondern solche, die hauptberuflich mit Serien und Filmen zu tun haben. Und während wir sie rumfahren, plaudere ich mit ihnen. Das ist das Konzept. Und jetzt ist er gerade Berlinale in Berlin. Das heißt, viele solcher Leute sind in der Stadt unterwegs und wir gabeln die auf und dann werden sie interviewt. Die nächsten Leute, die hier zusteigen, sind sehr interessante Menschen. Denn sie sind die Schöpfer und Macher der Netflix-Serie Freud. Seid gespannt! Hallöchen! Hallo! Schönen guten Tag! Also Marvin Kreen, Benjamin Hessler, die Macher von, kann man sagen, Macher oder? Von Freud? Ja, kann man sagen. Showrunner ist ja mittlerweile etabliert als der Typ, der fast alles macht? So schaut's aus. Also ich habe die Regie übernommen von acht Folgen. Ich habe es mitproduziert. Von acht Folgen. Also vor allem. Ja. Und ja, ich habe mitgeschrieben. Wobei Ben der Head-Autor ist. Von dem Boy. Naja, aber schon, das klingt, das ist zu wenig. Also er macht alles, er trifft alle Entscheidungen, er kümmert sich um alles. Also das gehört mehr dazu. als nur Regie und drüben Stein. Okay. Und jetzt also Berlinale für euch. Ihr seht noch ganz fit aus. Findest du? Ja. Danke fürs Kompliment. Also hat diese Veranstaltung noch keine größeren Spuren hinterlassen bei euch? Keine, die jetzt nicht wegzuschminken gewesen wären. Okay. Die Aufregung ist irre groß und vor allem die Erleichterung, dass wir oder dass ich wieder hier mit einem Projekt laufen darf. Vor zwei Jahren war es für Blocks. Genau, kennst du schon. Und das war halt eine unfassbare, großartige Sache überhaupt, dass eine Serie auf so einem renommierten Festival läuft. Ja. Und dementsprechend war halt der Erfolgsdruck groß für mich, noch einmal hierher zu kommen. Wann habt ihr euch arbeitsmäßig zusammengefunden? Bei welchem Projekt? In der Filmhochschule. Wir kennen uns ja aus der Filmhochschule. Ja. Und dann direkt dann auch was zusammen umgesetzt da? Über Unwege sind wir dann zusammengekommen und dann haben wir uns verliebt, so. Und haben einen sehr erfolgreichen Abschlussfilm gemacht, Schautag. Und seitdem nicht mehr zu trennen. Und das Schöne war damals, wie wir in Saarbrücken waren, kam eine coole Redakteurin auf uns zu und hat gesagt, so, ich bin eine Redakteurin von einem kleinen Fernsehspiel, Katharina Dufner. Und ich habe da so ein kleines Budget von 200.000 Euro. Habt ihr da eine Idee, was ihr machen wollt? Und er sagt so, ja, klar, ein Zombiefilm in Berlin. Und ich so, okay, darüber können wir nachdenken. Und das war halt einfach so unser coolster Start ins Business, dass wir mit so einer kleinen verrückten Produktion. Rambock war das. Rambock, genau. So eine Art Fenster zum Hof, Horrorfilm, Zombiefilm in Berlin machen. Aber Freud ist natürlich einer der bekanntesten, berühmtesten Österreicher überhaupt auf der ganzen Welt. Das heißt, wahrscheinlich ist man auch auf den ganzen Erdball total gespannt darauf, was da jetzt kommt. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, Freud ist einer der bekanntesten Menschen überhaupt auf der Welt, wie ich eh. Also des 20. Jahrhunderts zumindest. Ja. Und ja, wir hoffen sehr, dass sich daraus auch einfach eine Aufregung und eine Gespanntheit auf unsere Serie ergibt. Wir merken es, wenn es auch die Wahl des Hauptdarstellers ist. Also der Mann, der Freud spielt, ist Robert Finster. Also ein Mann, den man selbst in Österreich noch nicht so wirklich auf dem Zettel hatte, oder? Ich habe sehr viele tolle junge Schauspieler gecastet und Robert bringt eine, eine umfassbare Intensität mit und eine dämonische Kraft, die es spannender macht, als so den Archetypen des Intellektuellen mitzubringen. Also er bringt etwas dazu, was die ganze Sache ein bisschen edgier oder noch gefährlicher macht. Das kann Robert. Ich kann nicht nicht weggucken, wenn er zu sehen ist. Also ich glaube, er wird ein großer Nachhinein. Und die Mama spielt mit. Brigitte Kreben. Das ist Freud. Natürlich. Meine Mutter war alleinerziehend und die hat gearbeitet als medizinisch-technische Assistentin. Und abends ist sie da in Proben ins Theater gegangen und da bin ich oft mitgekommen. Und bin neben dem Regisseur gesessen und habe meiner Mutter beim Spielen zugeschaut. Und allein diese Betrachtung der Mutter beim Spielen zuzuschauen als Sohn war ein ganz seltsamer, unbewusster Weg. Dieser Beruf des Schauspielens und des Schauspielens und dass Menschen Welten generieren können auf der Bühne. Das war ein Faszinosum für mich als Kind und fast aufgelegt, dass ich zum Regisseur wäre. Wenn ihr dann am Set seid, ist das Mutter-Tochter oder ist das Regisseur-Schauspieler? Ich würde sagen, Mutter-Tochter nimmt es ganz gut. Nee, ich bin der Chef. Obwohl sie die Überschefin natürlich ist. Aber das hat zwei Firmen gebraucht, aber ich kann meiner Mutter nicht wie ein Diktator eine Regieanweisung geben. Sondern ich muss ihr das auf einer empathischen Art und Weise erklären. Und dadurch, dass es sich das aus unserem Familiengefüge so ergeben hat, hat sich das aber auch übertragen zu allen Arbeiten mit allen Schauspielern. Wenn du jetzt, was ich vorher schon so ein bisschen angedeutet habe, so eine große historische Person inszenierst und machst es aber als Österreicher, fühlt man sich da so unter besonderer Beobachtung, dass man irgendwie so eine Verpflichtung hat gegenüber der österreichischen Historie und dieses Menschen speziell gegenüber? Es ist so funny. Einerseits glaube ich, dass selbst vor fünf Jahren wäre es unmöglich gewesen, sowas zu machen. Die Bereitschaft wäre gar nicht dabei gewesen. Aber so Streamer wie Netflix, irgendwie verändert sich das Erzählbild. Der Mut, die Bereitschaft. Mehr muss erzählt werden. Und der Mutiger muss erzählt werden. Darf erzählt werden, weil die Nachfrage da ist. Aber andererseits, natürlich, Sigmund Freud hat uns alle so stark geprägt. Unser gesamten epochend prägender Typ einfach. Und ihn einfach zurückzuführen, zurückzubringen in eine Serie ist reizvoll und challenging. Und ich glaube, darum geht es ja auch für uns Filmemacher und Geschichtenschreiber, dass Sachen einfach herausfordernd sein müssen. Und wir haben uns eben einerseits halt mit sehr viel Respekt genähert, wir haben ihn studiert, wir haben versucht zu verstehen, aber einfach dann am Ende sehr respektlos behandelt, was man ja auch dann machen muss, um Herr der Geschichte zu werden. Vorher haben wir schon kurz über Showrunner geredet. Was glaubt ihr denn, wie sich das hierzulande bei deutschen, bei europäischen Serienproduktionen entwickeln wird? Weil das US-System bei Showrunnern verstehe ich ein bisschen so, dass das ja auch schon mittlerweile Leute sind, die dem Regisseur sagen, wo es lang geht. In diesem Fall, mein Erfahrungshorizont ist nicht sehr breit, weil wir immer zusammen gearbeitet haben. In dem Fall ist es auf jeden Fall so, dass er als Regisseur weiterhin sozusagen die Autorität dieser Regisseursrolle, dieser althergebrachten Regisseursrolle und dieser Regisseursfigur hat und sozusagen vereint mit diesem Showrunner-Element. In Amerika war es ja eigentlich immer schon so, dass der letztlich kreative Entscheider war immer der Writer oder der Showrunner. Und die Regisseure kennt man teilweise namentlich gar nicht oder diese mehr fassen sich auch im besten Sinne als ausführende Kapazitäten auf. Und das ist aber hierzulande, glaube ich, lässt sich nicht beobachten, dass sich das so entwickelt. Es gibt definitiv Bewegungen dahin und ich glaube, auch wenn man das wirklich extrem gut strukturiert oder organisiert und ein Team um Leute herum hat, die absolut harmonisieren miteinander, glaube ich, dass es funktionieren kann. Aber unsere Geschichte ist halt eine andere. Nichtsdestotrotz, glaube ich, dass alles in Bewegung gerade ist. Das ist auf jeden Fall. Ich finde es sehr, sehr spannend. Also ich wünschte, ich könnte sagen, wie sich die Serien-Szenerie in ein, zwei, drei Jahren darstellt. Ich könnte nicht mehr nächstes Jahr irgendwo hier sagen. Ich hoffe einfach, dass die Bereitschaft und vor allem halt die Stoffe uns nicht ausgehen, weil ich glaube, das Publikum ist gnadenlos. Wenn die einfach irgendwann mal keinen Bock haben auf Serien schauen, dann was machen wir dann? Ja, ich war wieder schön mit Gastronomie in Wien. Das Publikum wird unglaublich sophisticated. Ich meine, wie viele Shows haben jedes Jahr Premiere? Das sind tausende, oder? Südmeer Serien produziert das Filme. Ja, natürlich, deutlich. Und du merkst es schon wirklich, nach wenigen Minuten sozusagen sind die ersten Kommentare unter so einem Trailer, wenn der auf YouTube erscheint. Und die sind hoch, also kritisch im wirklich guten Sinne, analytisch kritisch im guten Sinne. Stimmt. Und die Ansprüche steigen einfach wahnwitzig in die Höhe. Wo bringen wir euch eigentlich jetzt hin? Wir haben in einem Hotel, haben wir euch abgeholt. Und jetzt? Jetzt gehen wir in... Was ist das für ein Termin? Nach Hause zu Frau, Kind und Schwiegermutter. Da will ich euch gar nicht mal allzu lange aufhalten. Ich habe noch zwei Sachen, die ich alle Leute frage, die hier mitfahren. Lieblingsserie für alle Zeiten? Sopranos. Star Trek The Next Generation. Und aktuelle Favoriten, Serienempfehlungen für unsere Zuschauer? Es ist keine Serie, es ist ein Film, Anker Gems. Keine originelle Antwort von mir, Fleabag. Wir haben eine Rubrik, die heißt Nächste Frage in 5, 4, 3, 2, 1. Das kriegt jetzt jeder von euch abwechselnd jeweils fünf Fragen. Und ihr habt halt genau diese fünf Sekunden Zeit, die Frage zu beantworten. Synchronisiert oder im Original? Im Original. Dschungelcamp oder Kulturzeit? Dschungelcamp. Podcast oder Buch? Nothing. Nein, einfach ein Buch. Michael Bay oder Quentin Tarantino? Quentin Tarantino. Wegsuchten oder aufsparen? Aufsparen. Döner oder Pizza? Döner. Marti oder Sterni? Ähm, äh, Marti. Berlin oder Cannes? Berlin. Hollywood oder Babelsberg? Hollywood. Handy oder Notizbuch? Handy. Das war's schon. Super. Das letzte war das schwierigste. Na sehr was. Was war das, Marti oder was? Das habe ich gar nicht gedacht. Also das ist so ein Berlin-Insider. Also Club Marti ist so dieses Gesetze. Ach so, ich dachte auch. Ich dachte auch, oh Gott. Ist ja wohl eine gute Antwort. Alles nochmal. Club Marti und das andere Sterni ist das günstigste Bier, das man hier am Späti kaufen kann. Ach so, liebe Zeit. So schön war das jetzt. Ich begleite euch noch mal nach draußen. Dankeschön. Aber sag mal, wir brauchen noch unsere Jacke wieder. Ja. Ja, die kriegt ihr. Das ist die Ausg Sophen. Und dann, dass wir hier nochmal nachdessen. Untertitelung des ZDF, 2020